Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute La und ciao wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar grüße ich schon mal alle, die reingeschalten haben. Ich wollte heute mal wieder so ein kleines Opening-Video aufnehmen. Es geht nämlich um den Great Vault. Und dahingehend war ich mal wieder fleißig. Ich bin zwar mit M Plus durch, aber ich habe jetzt ein bisschen angefangen Arena zu spielen. Und da will ich auch ein bisschen mehr Gear holen, um da ein bisschen höher zu kommen tatsächlich. Und dementsprechend war ich letzte Woche fleißig. Habe da schon mal ein bisschen angefangen, ein bisschen hier quasi in Feral wieder reinzutasten. Sind auch schon, ja, um die 1700, was ganz okay ist. Und ja, ich habe, glaube ich, drei Bankfächer freigespielt. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal rein, ob irgendwas Tolles dabei ist. Ich hoffe natürlich auf die Waffe oder ein Item mit Sockel. Das wäre auf jeden Fall nice. Und was haben wir da drin? Wir haben einmal die Schultern. Die habe ich theoretisch noch nicht, die könnte ich nehmen. Dann hätte ich einmal, warte mal, sind das Schiene, Schultern? Strange, okay. Und ich hätte den Ring dabei. Ich bin gerade am überlegen. Die Geschichte ist, theoretisch kann ich eigentlich auch die Sockel-Items nehmen. Denn ich habe relativ viele Punkte schon zusammengespielt hier. Wie ihr seht, also ich habe jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 PvP-Items. Und hier in der Tasche sogar noch irgendwo eins. Wo haben wir es denn? Den Kopf. Mir würden eigentlich nur noch 1, 2, 3, 4 Teile fehlen. Und ich habe auch noch ein bisschen was von der Ressource hier, wie heißt, Eroberungspunkte. Bedeutet, ich könnte eigentlich den Sockel-Slot nehmen, weil dann kann ich dementsprechend mein Zeug sockeln. Weil wenn jetzt da irgendwo ein Sockel drauf gewesen wäre, dann hätte ich den genommen. Aber ich glaube, ich nehme einfach hier die Scheinchen. Und ja, weil die sind ja auch nicht besser als die Sachen, die ich eh beim Händler kaufen kann. Ehre habe ich auch noch ein bisschen zum Upgraden. Upgraden, dann machen wir das doch so. Und ich kaufe mir einfach hier für meinen PvP-Ring einen Sockelstein. Wo haben wir den denn? Hier. Und dann tun wir auf den PvP-Ring, den ich mir geholt habe. Wo geht denn das überall drauf? Handgelenk habe ich noch nicht geholt. Gut, auf den Ding wird es auch gehen. Aber ich würde sagen, komm, wir machen das auf den Ring drauf. Dann haben wir nämlich den zweiten Ring auch gesockelt. Ich werde wahrscheinlich mit dem einen PvE-Ring hier weiterspielen, weil der halt schon sehr, sehr viel Versa drauf hat. Das Versa ist zwar jetzt nicht mehr, glaube ich, ganz so krass wichtig, wie es davor war, weil der Set-Bonus für die zwei Trinkets nicht mehr ein Versa-Support ist. Aber es ist alles ein bisschen bürstig. Und wenn ich ein bisschen defensiver bin, ist das doch auch nicht so verkehrt. So, dann holen wir uns hier einen Versa-Sockel. Schauen wir mal. Mal gucken, dass ich mal über 30% Versa komme. Im Moment bin ich so bei 29 irgendwas, was schon ganz okay ist. Wo ich angefangen habe, war ich irgendwie so bei ein bisschen über 20. 25 oder so. Oder irgendwie sowas. So, ah, seht ihr, jetzt haben wir die 30%. Die Leute, die fulles Max-Pvp-Gear haben, die sind so bei 32 bis 34. Also ein bisschen was fehlt mir da noch. Aber es sieht schon mal ganz gut aus. Ja, ich werde jetzt die Woche noch ein bisschen erinnern spielen. Mal gucken, dass wir uns die restlichen Teile noch kaufen. Und ja, dann schauen wir mal. Vielleicht kriege ich dann nächste Woche mal auch ein bisschen höheres Item raus. Beziehungsweise vielleicht auch eins, wo ich schon mal so einen Sockel-Block drauf habe. Das ist natürlich dann immer so das Beste, was man kriegen kann. Gut, dann sind wir damit auch schon durch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so gekriegt habt. Euer Cela, bis zum nächsten Mal. Ciao.